hallo leute wir spielen noch mal wir haben vergessen zu ich habe alles wieder ich weiß wie es geht geht auf optionen das habe ich ja dann geht lot 1 aber ich hab's nicht dann geht auf autosafeload und jetzt also heute brauche ich mir wende endlich meine ersten wende soll ich mir noch ein table display bauen ich mache jetzt ein store jetzt bin ich bei euch drin ja ich fange von neuanfang wie kann man das noch mal machen das war nicht immer hat jetzt wegen das jahr ist ja deppert wenn ich keine wende habe ich habe jetzt all mein geld aus für die wende nicht wenn wir einfach die ganze zeit um langweilig ja weil der eine sagt man sagen ich habe zwei neuen rating ja ja das spiel hallo fünf euro fehlen mir für die nächste wand ich habe noch gar keine videospiele vor mir fehlen fünf euro für die nächste waren kauft doch noch ein bisschen am besten das sagt einen woher die loben meinst du jetzt heißt 3,1 rating wie viel rating habt ihr ich habe 3,1 obwohl ich keine wende habe ich brauche noch noch ein licht kommt ein licht fehlt mir noch ein licht ein licht dann habe ich ein ganzes voll welche rating habt ihr welches rating habt ihr 2,8 das ist das meiste ich habe 2,9 ich hatte 2,9 ich habe 2,9 rating ja die beschweren die beschweren sich gerade alle nein das ist ein räuber echt steht oben immer eine wahnung ja oder ich habe 2,1 kriegt man was wenn man den räuber erwischt nein die hat viele xbox und zwar hat er gekauft also genommen eine xbox one ein ps4 der räuber ja ich habe sie drückt bekommt glaube ich lakas laucher der polizei ich glaube ich weiß nicht wie man polizei schreibt oder ja dann ist mein letztes hat mein letztes video spiel genommen oh mein gott ich muss nachmachen kommen wie viel kann man da rein tun und eine tür kostet voll viel ich mache jetzt einfach mal eine offene tür ich habe vier hüte gekauft hüte sind uhr teuer wie ist es gut warum hat es gesehen wie ich noch keine wände mehr hatte weil bei mir hat es zweimal wer hingespielt das müssen wir zwar machen es gibt autosafe und selber safe das ist ausgeschubt bei mir hat es gerade jemand hingespielt videospiel ich habe kauf füte klamotten spiele ich habe füte klamotten spiele und dosen getränke alle wieso brauchst du zwei das gleiche video spiel videospiel videospiel das gleiche hat er ist es gerade hat er gerade das spiel gekauft dass er gerade spielen ja roblox nein real tycoon noch mal zu kauf niemand die im tablet mir fehlt immer viel dann habe ich mein laden endlich zu und da freue ich euch auf mann ich habe eh noch alles gutes ja nur klamotten nicht so ich brauche auch ein upgrade parkplatz es kostet alles so viel warte ich mache was ich tue mal für mich jetzt wird vielleicht mal nicht vieles zu mir kommen wieso wenn ich mal alles verkauft habe was ich habe und auch die kasse wieso dann brauche ich ich brauche mein zutiefes bild ich habe gemeinsam von neu gemacht ich habe da mal von 5.000 kauf meine getränke das dach ist mir jetzt noch egal die haben alles ich bin leite die haben alles ausgekauft ich muss wieder was nachmachen bitte niemand nimmt ein tablet wow ich habe zwei handys 18 spielte da gebe ich da rein da mache ich zwei kennys einfach so ein lutscher da liegen macht auch nichts ich habe drei ich habe das meiste waiting von uns drei ja ja du hast aber ach du hast aber auch noch so mir gelacht schau mal wie du das mein nervös weil da mittendrin eine wand steht und juckt es aber auch niemand da sollen zwei wände dann da zwei wände dann da eine tür und da können wir durch so eine mängel zu und dann soll ja dann da sind kinderbooling ich brauche mehr ich brauche mehr dinge wieviel tempels kann man kaufen 6 oder ja 30 ja komm komm 6 kann ich nicht kaufen oder nein 3 3 kannst du zwar nein ich kann 3 kaufen oder mann nur zu bringen sich nicht zwingen jemand holt an aber in 300 euro äh wo kann ich das Tablet her nun nein ich hab den Tabletspender weggedacht nein in was den Tabletsständer und ich hab mir gerade urviel Tablets gekauft dann musst du den Tabletspender einfach hier kaufen und dann gibst du Tablets dran oh mein gott der hat mich am Label der ist ein Fan von uns warum der hat mich am Label guck guck was hier ist hm guck ja hab ich schon ja es wurden Tablets verkauft von mir wurde alles alles gerade leergeräumt echt ja es gibt da ich muss jetzt was verkaufen ich hole mir jetzt klug ein ich muss jetzt ein Dings kaufen einen Standort bringen Videogames viel Display Standort 7 Videogames ich brauche wirklich dieses Ding um 800 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 König 2 1 König 2 1 König 2 Fliese da Headline da Klamotten irgendwas da Mh Manitur da Soda Kats Das letzte Ding konnte ich nicht sagen ähm wie ich habe keine keine Steck so jetzt habe ich wieder gute Sachen zu verkaufen ich hole mir ins Essen dann das Essen ist voll günstig mal holen wir gleich holen wir gleich holen wir gleich krum assig Videogames Kommen wir Videogames kochen kosten aber dann 100 30 kosten dann 100 die Äpfel sind wie ein Äpfel Videogames kann ich mir gleich wieder kaufen ähm was du hast schon Tablets ja sind voll günstig echt wie viel kosten die keine Ahnung so Mario oder Stefan hat voll das gute Wasting 3,1 ich habe 3,8 ich habe 3 Tablets bekommen verkauft also verdammt verdammt nein weil ich kein Geld habe und um mir einen komischen ist das dein zu kaufen für Tablets das ist ein Dieb ich habe nur Food genommen ich hatte gerade ein Waiting 4 und dann ist es auf 2 2 das ist ein Dieb geh weg ich hasse euch kommt bei mir an dann kriegt ihr dann kriegt ihr mehr Auswahl und 2 Video Game das schaut einmal wie ein Dieb irgendwie aus das ist aber nicht was wenn der jetzt auf einmal ist bitte lass doch mal 500 kommen hattest du noch nicht 500? ich brauche 700 für einen dummen Stand ich brauche 1.000 ich brauche 1.000 das wollte ich denn bitte noch kaufen meinst du das da? ja ich habe nur den anderen und der kostet einfach 700 da noch was ich jetzt brauche ich habe 765 ich habe 600 600 komm bitte ich mache 1.500 ich habe hier 2.000 Euro mir fehlt 58 Euro kein Ernst Uhhhhhhhhh ja alles gut kommt mir keine 16 am Punkt die da und die was sie mir hört kein Jubelknoe ist das bei dir oben? nein ich sehe es nur im Hintergrund warum kommen wir jetzt auf die diebe zu mir ist heute noch gar kein Dieb gekommen ich weiß wir haben eine kleine Auswahl aber damit musst ihr euch zufrieden stellen wenn ihr viel einkauft und nicht 1.500 money habt dann kriegt ihr eh mehr Cash Punkte verlieren du hast 10 Punkte verloren kann er na verlieren na verlieren na verlieren hä welchen Mund hat sie da? kann irgendwer den letzten Hut nehmen das ist ein Tussimund das ist ein Tussimund kann irgendwer bitte den letzten Hut nehmen dank wieso wenn ich das verkaufen kann wenn ich das kaufen kann was ich verkaufen will was denn video games 30 30 video games und das wo ich video games rein geben kann das ist das video games so weil video games verkaufen sich gut stimmt da video games jetzt kann ich jetzt kann ich 13 iphones kaufen ich will doch nur tablets verkaufen können ich habe schon iphones da gehen noch iphones dran ich weiß und instruments aber hm ich glaube der Stefan ist der Rest ich habe 3,1 rating ich habe 3,1 rating ich hoffe doch endlich mal so ihr habt das gleiche rating nein jetzt dann machen wir eins mehr ich habe 3 rating ich kann mir irgendwer helfen du hast ich habe mehr rating als du ha ah nicht kann mir irgendwer helfen stefan stefan kannst du mir Tipps bekommen geben ja ähm du ähm juwelen und handys verkaufen aber die kosten mir zu viel dann bist du selber schuld selfing teufel kauf doch endlich meine sachen ich habe nur noch einen soda die haben alle meinen soda gekauft hallo hallo ich bin blank hab kein geld mehr auf der Bank ohne kohle kann ich nicht mehr nicht smoglen ich bin blank haha was sagst hoffentlich wird das video ich bin blank ich bin blank vor der Bank stimmt hoffentlich wird das video nicht gesperrt weil ich das lied gesungen habe und es gesperrt wird wenn es gesperrt wird dann kommst du in die löwengrube in die löwengrube wir haben eine grube von löwen wir haben eine grube von löwen ne mhm ja und dann 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 ich kann mir gleich dies kochen hm was ja das ist der geilste stand ich kann das drehen mit dem r komm noch einmal geht das ich bin fraglich ja ich hab table stand manage geht das ich kann zwei tablets reintun iiiiiiii hm da hat mir was hingeschüttet und zwar was braunes bei mir hat ist da was braunes bitte komm schon Stefan bring's juwelen bring's juwelen mhm mega ja ja dann komm ich mir auch gleich bitte ich brauch 6 Euro ok und jetzt wie viel kostet bitte kauf doch eigentlich meine Tablets Digga wie lange machen die noch einen Stern wie viel kostet ein juwelen die Stern 10 Sekunden dann gehen sie einen schritt weiter Stern nochmal 10 Sekunden es gehen 8 mal gehen wieder einen schritt weiter ich kann nicht rein oh 6 halt Stefan schau mal her die Stern gehen einen schritt weiter Stern weiter Stein hey hallo nimm doch endlich mein Tablet brachen oder also also geht einfach aus meinem Laden wann sie es nicht holt ja schon was ist ich mein sie bleibt doch da warum fahrst du denn schon weg ist gut leider Schatz also mit 10 wann du es ihr schon gut findest dann nimm es doch bitte ja ich kann irgendwann mal die Juwelen nehmen nimm 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 oh mein Gott die Juwelen bringen es voll ja was hallo der schaut es 2 Stunden an und dann nimm das nicht nicht jetzt ja moin komm bitte nimm das bitte er schaut es 2 Stunden an und dann nimm das nicht bitte nehm doch einfach mein Tablet bitte Marik sagt das bringt es nicht ich hab 5 ich muss beten hopp 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 ha ha ich muss auch bitten dass ich die Achtung drehe jetzt doch endlich mein Tablet oh das geht das ist offen wir dienen euch jetzt nicht an meinem Ding Juwelen wollt ihr dann kauf ich euch nachher mehr die Soda ist wieder aus ok alter Feierteam kaufst du Juwelen kaufst du Juwelen kaufst du Juwelen hast du Juwelen gekauft da schau da nehmt so da ich bin zu arm für neun vuorien ja 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 Ich habe das gleich. Die Juwelen bringen es echt. Wieso hat da wieder jemand hingekotzt? Die Juwelen bringen es? Okay, mache ich. Wie viel kosten die Juwelen? Ja, jetzt kann ich mir noch nicht. 150 kostet der Tag. Schnell, schnell, schnell. Ich habe den nächsten Tag. Ich habe mir wieder gegönnt, Matthias, den nächsten Parkplatz. Ich habe jetzt drei Juwelen gekauft und jetzt bin ich gelade. Ich habe das Fasche gebaut. Oh nein. Ich habe mein ganzes Geld für das Fasche ausgegeben und kriege nur ein bisschen Geld von dem zurück. Das ist richtig blöd. Ich würde es einfach gar nicht zurückgeben. Komm. Wollte ich mal jetzt noch Tablets verkaufen. Ich habe... Bring jetzt Tablets. Ja, super gut. Aber ich habe jetzt... Nein, die sind gar nicht gut. Jetzt schon. Ich habe jetzt Tablets. Hä? Er ist einfach so aus der Tür rausgegangen. Entweder hat er es geklautzt. Ich fahre jetzt nicht weg. Er ist einfach so aus der Tür rausgegangen und ist weggefahren. Ja, er hat sich nicht spielst. Wir nehmen jetzt auch noch ein Tablet und ein Juwelen. Und da... Die Kasse ist gerne offen. Für jede Person. Wieso hast du ja keinen Angestellten gekauft? Weil mir das zu viel kostet. Schau mal, der hat so ein Gesicht der Korte von mir. Den muss ich... Zeig! 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 Schau mal, das Gesicht. Und der ist halt so. Und der ist das andere Gesicht. Zeig! Zeig! Warte, schau mal, das da. Jetzt auch heute das Lachen der Gesicht. Stefan! Schau dir mal an, wie der Mario das Lachen der Gesicht macht. Upsi. Schau mal her. Stefan, schau mal, wie der Stefan das Lachen der Gesicht macht. Ich bin ein Zeug! Schau mal, wie der Stefan das Lachen der Gesicht macht, Stefan. Schau. Wie der Mario, oder? Wie der Mario das Lachen der Gesicht macht. Jetzt kann ich... Bei mir stehen jetzt unviele bei den Juwelen, aber kauf nix. Bei mir ist genau dasselbe. Das ist eine Verschätzung. Da ist die Katze halt zu. Bei mir ist ein Dieb. Bei mir ist ein Dieb. Bei mir ist ein Dieb. Echt? Yeah! Nein, ich muss die Katze... Ich mache... Ich mache... Ich maut. Schnell, Klaus! Pum, 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 pum. Jetzt kaufst du doch Tablets, so, wenn ihr was wollt. Hallo, wieso steht da jeder herum vor eine leere Votrine? Warum müssen die alle in meinen Laden ähm, Karten oder so was? Wer ist neben mir? Du wüsst nicht das. Matthiasi kommt mit sich besuchen, wenn man das wüsst. Weißt du nicht? Nee, da. Ja, Lollipop. Das ist das. Oh, auf den. Stefan, schau mal. Schau mal, kannst du das auch? Was? Das. Du! Wow, der hat nur eine Sache gekauft, Anna. Du! Hallo, schau doch mal her. Wo geht das noch mal? Hallo! Du! Wie du mal die Ars rüsten! Ja, ich hab einfach welche. Keine Ahnung. Drück drauf. Drück drauf. Drück auf eins. Ich hab einfach welche. Waaah! Da! 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 Warte, ich muss mich zuerst umschnen. Also, ich kann erstmal gehen. Hallo Leute! Also, der heißt wirklich Hallo. Hallo, dann habe ich das Stadium. Uh! Warte, das ist der gleiche Tänz. Ups! Dann habe ich den. Du! Du! Und dann habe ich noch. Hä? Das war ich gar nicht. Waaah! Mario? Ja! Jemand hat mein Tablet gekauft. Ich stelle mir jetzt wirklich eine Kassiererin an. Ich habe keine Kassiererin. Ich habe es selber. Ich auch. Nein. Kassiererin. Die kommen doch hin. Ähm. Warum sind die einfach so aus meinem Laden rausgegangen? Ja. Du, 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 du-de! Auf meine Kassiererin. He? Hä? Auf die schnee Umfluss. Kauft doch endlich meine Sachen. Die Kasse ist offen. Ihr kommt gerne. Soll ich bei dir hingehen? Ja, kannst du bitte bei meiner Kasse stehen? Ich verliere die ganze Zeit vor Eiting. Wie kann ich das sonst wegdun? Mit Kuchen? Mit Kuchen? Mit Kuchen? Aua. Mit was kann man das wegdun? Ja. Mit E. Ja, bitte. Es geht lang. Es geht! Ja, bitte. Hi Leute, wie geht's denn so? Hier gibt's Sportkaratenverkauf. Stefan, wie kann man das wegdun? Ein Klinz. Nein, okay, du machst den. Geil, oder? Drück mal auf Manage. Jetzt sind wir drauf. Oh, ich bin süß. Adios, da in deinem Land ist schmutzig. No, ach so, ich muss es selber machen. Ja, ich bin süß. Supply. Du hast Kaffee. Büsse. Wieso spielst du? Was ist? Sie ist dumm. Warum? Sie kauft zweimal das gleiche Spiel. Und die ist da ein Tablet gekauft. Vielleicht schenkt sie's ja her, weiß ich doch nicht. Pizza. Ihr habt nur Pizza gekauft. Eier. Rosenfood. Rosenfood. Ja, das bringt's. Hey, bleib doch bei meiner Kasse. Wann weg? Mario, der Stefan ist verblüht. Hallo, ich wusste auch, wo er hier steht. Er sagt, er steht eh bei meiner Kasse, aber dann bleibt er gar nicht stehen. Ich bin weggerannt. Ah, bei mir hat schon jemand hin gespielt. Oh, ich bin gepinkelt. Halt nur grün. Grün? Wer pinkelt bitte? Komm hin. Hallo, wenn man gepinkelt. Ein Ausredischer. Weil man die... Das ist... Guck mal, wie ich um den Mund der hat. Also wirklich. Das ist... Das ist nicht so eine Katze? Boah. Fähig, ich kenne wie groß der Loli. Der war größerstes Ding. Schau mal, wie groß der Loli ist. Der ist größer, als er kommt. Matthias, guck mal, wie... Ja, der ist größer, als er kommt. Wie passen wir bitte schon in den Munds? Matthias, guck mal, mein... Der hat gar nicht mehr Augen. Hä? Schau mal, der hat eine Schlafmütze an. Was heißt das? Schau mal, der ist richtig cool. Der hat gar keine Augen. Stephanie, Matthias... Der hat gar keine Augen. Matthias, was? Wo ist er kein? Das, das, was heißt das? Cash a win. Was? Ja, aber was heißt das? Du musst zuerst einen Cash-Bonus. Du hast nicht genug Cash. Das kostet 20 Euro in der Minute. Du musst zuerst einen Cash-Bonus. Ich brauchst erst 20 Euro. Ah, no. Ich muss einen Manager und so weiter. Ich habe Waiting. 3,3. Können die... 3,3? Mist. 0,7? Ach, was hast du mit dem Fisch? 0,6. Ja, weil ich bei dir nicht geh, solange ich stand. Er hat für mich gearbeitet. Ohne Grund. 0,5. 0,4. 0,3. 0,3. Das war 2,3 auf 0,0. 0,3. Ja, mach 0,0. Ich habe weiter auf 0,0. Warte auf 0,0. 0,4. Wie kann man es eigentlich im Shop eigentlich schließen? Äh, gar nicht. Hallo, ich... Bis euch geschwind. 0,5? Ja, steckt mir auf! Jetzt kann ich meine Kasse rein. Hallo? Lau? Ja, es steckt wieder. Hä? Marilo? Ich habe 20, aber ich kann sie trotzdem nicht anstehen. Folgt mir auf YouTube. Hallo? 1 Minute. Warte! 1 Minuten in diese Scheiße. Oh nein, wie 10 Sekunden. Schau mal den Laden von der an. Oh, das tut weh. Boah, der Laden von der ist wirklich uhr cool. Und da kommt gleich deinem Schiebiger-Lade. Oh nein, du kannst nicht singen. Oh nein, du kannst nicht singen. Oh nein, du kannst nicht singen. Ich stecke mal her. Ein Office-Desk kostet 1.500. Ist eh nicht viel. Wenn da 10 stehen, muss ich das Wählen. Das lässt man auch ein geben. Wo da keine Juwelen dran sind. Ich brauche einen Re-Stocker und einen Manager. Ich brauche auch einen Re-Stocker. Aber ich kann keine Workers einstellen. Re-Stocker? Ich auch nicht. Kein Stocker? Re-Stocker? Re-Stocker? Ich habe einen Kassierer. Ich brauche nur einen Re-Stocker. Nur einen Re-Stocker. Hey, da steht wer für mich als Kassiererin. Es sind zwei für mich als Kassierer. Re-Stocker. Du kannst keinen Re-Stocker einkaufen, weil du kein Lager hast. Echt? Ja. Ach so. Hat der gerade das Re-Stocker? Wo ist meine Re-Stocker hin? Wo stockt ihr das jetzt? Wo ist meine Re-Stocker hin? Ich baue gerade Starwedge mitten in meinen Laden. Ja, das ist Re-Stocker. Ja, ich habe auch einen Re-Stocker. Mario, aber wirklich. Ich habe auch einen Re-Stocker. Wo hast du das gebaut? Du brauchst einfach nur solche Kästen. Und bist du dumm? Nein! Ein Manager kann man erst kaufen, wenn man so ein Office-Desk hat. Der kostet 1.500 Euro und der ist wirklich teuer. Also teuer. Also brauche ich jetzt nur mehr Sachen kaufen? Ja. Und du musst es auswählen bei den Sachen zum Kauf. Du musst auswählen, was du magst gerne. Was? Wie? Video-Game. Da musst du auswählen, was reinkönnt. Video-Game. Damit du da mannestrückst, da steht immer drüber, was reinkönnt. Was reinkönnt. Matthias, können wir jetzt mal was anderes spielen? Nein. Ich habe schon minus 15 Euro. Ich spiele was anderes. Okay. Matthias, guck mal wie mein Laden verschwindet. Innen. Jetzt. Gleich. Boah, ist ein Schuh traurig. Kann ich mir nicht lassen. Ich hatte 2,5 Waiting. Schlecht. Boah, da. 3,4 sogar. Ich hoffe die noch. Na scheiße. Ja, hallo. Ich stehe hier in der Kasse. Auf meine Aufmerksamkeit. Jupp. Ja, hallo. Können wir was zusammen... Jetzt nicht. Ich mag das nicht so spielen. Ich bin das cool. Ich äh. Spielen mit den Lucky Block? Nö. Der ladet bei mir alles gerade vor. Du bist so lustig und muss einfach nichts mehr machen. Äh. Warum? Weil ich mir kauf es einfach nur da. Und den Rest macht sie eh von der Laden. Ich auch. Voll cool. Nochmal. Ich brauche noch Frozen Food. Brauche ich mal wieder. Das einzige was blöd ist. Ich habe keine Decke. Frozen Food. Kaffee ich mein Tablet. Novelen kaffee ich. Daaa. Hast du den Code? Du bist der Twitter-Code. Du musst deine Modes machen und dafür krieg ich Geld. Hm. Hm. Äh. Warum steht der vor dem Stowage? Woher ist vor dem Stowage bestanden? Waaah. Schon wieder Kotze. Ich glaube. Nein, das ist keine Kotze. Das sind die Dose. Die aus. Das weiß der Stefan auch schon mega lang. Ja bitte. RESTOCKER. Ich wusste das wirklich nicht. Eigentlich brauche ich nichts mehr tun außer aus dem Laden gehen. Warum kommt bei mir keiner mehr? Ich habe mega die große Austria. Ich habe 3,5 Volt. Ich habe 3,5. Ich habe 3,5. Hau. Er hat nicht. Jetzt kommen wieder mega viele. Kommen mega viele. Wow. Mein Gott. Es kommen mega viele. Kauft Schmuck und Tablets. Kauft Schmuck und Tablets. Kauft Schmuck und Tablets. Ja, da hatten wir Schmuck genommen. Binnen. Kauft Schmuck und Tablets. Kauft Schmuck und Tablets. Wie schwer sich das mein glattes Kleines? Warum? Oh. Oh. Upgrade. Wunderbar. Oh. Oh. Okay. Ich beschwere mich, damit ich zu wenig Geld verdiene. Oh. Kann da ein Dosengetränk liegen, wenn ich nicht mal Dosengetränke verkaufe. Mitgenommen. Das darf man aber nicht. Dafür muss man dann extra zahlen. Dafür muss man dann extra zahlen. Fünf. 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 ich habe schon wieder –20 bekommen, wo es in einem Wüsterkopf ist. Was spielst du da? Ein Spiel. Wie heißt das? Emoge-Semoreiter? Ja. Wirklich? Als ob, dass wir jetzt wirklich nur geraten sind. Mist, was auch. Hand. Fest abgeholt. Okay, schau. So muss ich... Okay, immer zusammen. Easy. Easy. Gewalt. Warum klotzen die über hin? Muss ja eigentlich gar nicht hinterher schauen dürfen. Oh nein, ich habe gesehen, wie der da das ausgeschüttet hat. Und da ist nicht mal was Nutella dabei. Also ist es gleich eher kacke. Da ist was dabei. Guckt sie da. Ach ja, Juwelen. Guck ihr das. Hm? Wieso spielst du nicht mit mir mit? Und schon wieder Cola am Boden. Ich brauche mehr Videogames. Ich brauche mehr Videogames. Ich brauche mehr Videogames. Videogames. Müsste überhaupt nur das spielen. Ich weiß, wie nüsst du das? Und mir kommt schon wieder eine Anstörung von Leuten. Bei mir auch. ich habe einen tablet von mir geklärt er hat sie ja hergeben ich glaube kriegt wieder zurück doch wir haben es nicht bemerkt und meinen restocker habe ich nichts mehr für den zu tun video games ich glaube das gerade auf einmal nein ist das das vorne ist alles gedrängt und das aranische also das grüne ist auch grünes gedrängt ja oder nutella bei mir war einmal eine nutella soße dabei auch wieder bücher doch das ist dasselbe wie tablet das ist das ist nur gut auch wie ich ein frozen food was ist das das saul bergschock ich brauche video games kann man hier bitte kämpfen und einen räuber kommt ich bin die damen frau das schlimmste hast du hast noch lange haare ja die gucken sogar hinten raus das sind das hüte die man kaufen kann ja für quelle also ist es gesund wenn ich hier tiere verkaufen wir sollen schon aber ich glaube nicht gut ich glaube das ist das wo ich drin schlafen und ich komme jetzt schon wieder kommt dann warte mir mal ein bisschen ich brauche vier und fünf tablets gekauft laura was wirst du lauka warum ist immer bei meinem shop bei mir war sie auch schon mal sie will ich sehen ob ihre konkurrenz gut ist ich bin gut du nicht wie welches rating hast du ich habe 3,4 besser 3,5 aber wer kommt hier sind vier leute seinen eigenen laden rüster aus der eigenen rand so wirst du ich schon ernsthaft ich habe es einfach am ende in ein eck vom laden gestellt ich habe einen raum so schön ich habe es einfach in ein eck vom laden gestellt merkt eh keiner die schauen sich immer noch machen oder so schaut sich an und gehen weiter 3,5 3,6 geht es gar nicht nach machen es geht nur bei tabletten da kann man die uweilen und instrumenten da kann smartphone tablets und instrumenten aber das smartphone die uweil ich nicht äckern warum nicht weil die gut mannibrieren mannibrieren so mein Gott jetzt lohnt sich gar nicht okay doch jetzt lohnt sich viel mehr ich dachte wie viel bringt sich 100 und man zahlt 100 und kriegt 200 also das doppelte Pads und wo sind K-Pads K-Pads da steht K-Pads ich glaube das sind Sachen für Autos ich habe jetzt K-Pads ich habe mir Pads gekauft ich habe mir 4 Pads gekauft man kann 8 Pads kaufen die geben mega viel Cash die geben 200 und das kostet nur 100 dann kann man einen Kugelfisch eine Schildkröte einen Hund ich kann mir in Office chatten einen Hund und Katalog öffnen wo hast du das mit den Emotes her keine Ahnung du musst Katalog gehen glaube ich Katalog nein du musst ausrüsten wie kannst du ausrüsten musst auf die drei Striche gehen oben links und dann auf Profil nein Avatar Avatar gehen Entschuldigung drei Striche Avatar drei Striche Avatar szpads sind vielen Dank durch Florian gut verletzen aber ich brauche ichmböse bollo weiß ich brauche riue ich fundamentals ja das macht was macht mein angestellter da ein gestellter jeder wieder rein wie kann dir das machen einfach die wandern gestart für mir sind die ganze menschen herum aber kauf nix ich bin gleich ich hab nur noch 50 cash ja weil ich so viel gekauft habe ich habe nur 20 jetzt heißt es sich das store ist boeing what a boeing place ja kauf jemand kauf da das ist wirklich gut das ist cooler lecker und phantom ist auch gut das wirklich cool spiel spiel ich bin das kleine krono dann habe ich noch dann brauche ich noch so da so da kostet mir irgendwie zu viel ich glaube es muss ich nicht ich glaube es ich habe keine tablet nein ich habe keine gekauft ich nehme mal deine haare dinder schäfer ist also das sind sie gehört warum stadt er immer die mann an der stadt immer die wandern er mag halt die wand gehen die kraft nen puffer fisch also ja die kraft nen fisch ein puffer fisch also ein kugelfisch aber sie hat nicht mal wasser dazu dazu mein kassierer stadt da und die wand am stadt da und die man es ist mir ja du wirst nicht bezahlt dafür dass du die wandern start eigentlich schon so jetzt mit den händen hinten kassiert und wie soll er dann sehen aber jeder das richtige bezahlt das ist natürlich egal ja dann gehen einfach jeder hinten durch durch die tür ohne was zu bezahlen fertig alles gekauft der fordert store hat keine tür und jeder geht ran nimmt sich alles und geht mit einem rost also keine kasse ich habe ich habe schon zwei tablets verkauft das gute schlacht der kauft immer ganz viele spieler da ist die jugendkrieg bis den tablets gekauft und eine römer und das ist auch gut auch mal kein ostern ist feiert team ja ist auch gut dass das auch ein guter spiel woher warst du das das spiel ist auch cool auch keine maß das ist wirklich gut das kann ich nur empfehlen der ist aus purem plastik der ist nicht das lassen nein gehen sie nicht habe ich sie verscheucht der ist mit lichtgeschwindigkeit weggeflogen ich habe sechs noch mal her und eine 1500 matthias was du weißt was das bedeutet das bringt ihr nicht doch jetzt muss ich nicht mehr einkaufen workers manager nein ich mag auf youtube jupiter wo was hier will ich auch an 80 prozent des geldes haben wir zurück bekommen ich bin aus der welt ich habe das verkauft damit ich schöner machen können kann und ihr sagt einfach nein nein ich hoffe nichts mehr ein damit immer schöner wird darüber wie machst du das was mit du geld verdienst zu viel ich gebe alles da habe ich aber nicht schön sein muss einfach beraten stelle ich nehme die kasse und sagt ja das gute entscheidung nein weil es bringt ja gar nicht ist so das kauft ja das hohes plastik ja das auch und das nächste kostet zehn euro werfen sie es ist es ist so günstig so günstig war es noch nie ja dann kauf was und redet nicht mit dem kassierer das tut alle kunden aufhalten kauf jetzt was und redet nicht mit dem kassierer der kauf nichts der redet nur mit dem kassierer und fertig ich habe einen manager oh mein gott ich habe ich habe gesagt ich habe einen manager ja er aber die mussten das manche hallo und jetzt bleibt dann da so oder 40 mal aus dem kauf mit dem kauf kinder ja aber maru ich verdiene so so schön cash alle bücher sind die alle ja ja so schicke Ich habe was verkauft, um Hüte zu kaufen. Mario, Bücher waren mir zu teuer, deswegen habe ich was anderes gekauft. Also deswegen habe ich es verkauft, das wo man Bücher reinnehmen kann. Bei mir gibt es nur alles. Hüte! 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 Warum kostet mal mehr rein? Wie krass ist. Hä? Warum gibt es Löchende Argen? Limitiert. Statt 10.000 Euro Obaks, 357.000 Euro Obaks. Halt es dir nur zuvor, also das hat mir noch vorsichtig gekostet. Papa. Ich stehe vorhin 10.000 Euro Obaks bekomme ich. Und jetzt kostet es 357.000 Euro Obaks. Das ist nicht ein bisschen teuer? Ich habe mich wieder normal gesucht. Mario, wie viel Waiting hast du? Räuber, räuber! Wuu! Wie lange spielt er noch? Long. 6 Stunden. Der sitzt einfach noch da. Da ist schon weh. Ich muss einfach nichts mehr machen. Ich habe einen Luftballon. Ich habe einen Luftballon. Ich habe einen Luftballon. Ich habe so viel zu verkaufen und es kommt fast keiner. Ich habe einen Luftballon. Ich habe einen Luftballon. Ich habe einen Luftballon. Nein, ich fliege. Ach, kann ich kaufen? Ich schließe in den Schulden. Mario, ich dachte, wenn man sich in den Schulden kaufen kann, damit man einfach alles kaufen kann, was man will. Und dann irgendwann minus eine Million Pfanne hat. Und man das wieder ran hat. Matthias, guck mal, mein Luftballon. Ich sitze. Da ist mein Luftballon. Laut. Kannst du mit dem fliegen? Ich habe keine Ja. Guck. Ui. Fliegt jetzt für immer in die Höhe. Ui. Kannst du mit dem für immer in die Höhe fliegen? Und abfeuern. Die Rakete soll starten. Komm, starten. Wow, das ist... Mario, ich spiele mal. Der Räuber hat mir so einen Räuber zugekommen, weil du so drückt gehörst. Eine Flöte. Warum? Wahrscheinlich wollte er... Da ist schon wieder ein Räuber. Ein Räuber! Hallo? Ist doch kein Räuber. Doch, es ist Räuber. Ich kann den nicht nehmen. Wow! Gibt schon wieder... Pechkast! Nein! Er hat gar nichts genommen. Ich habe schon... Ich habe so froh zu sich gemacht. Ich verliere die ganze Zeit. Mami! Mario, ich spiele jetzt ein anderes Spiel. Ich spiele das gleiche wie ich. Nullanz ist... Man, es ist geil! Äh... Mario, ich verlasse das Spiel. Komm, wir suchen uns einen anderen Simulator. Oh! 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 Es geht so... Es geht so! Oh! Oh! Ich... Ich... Ich brauche denn eine Wange! Hör auf! Ich werde nur vorfaschen! Papa, hilf mir! Yes, lih ab! Au! Oh mein Gott! Nicht so? Okay! Gib her! Nein! Das ist doch nicht so... Ah! Das hat auch nicht so weh getan! So, jetzt sind wir quitt! Doch! Jetzt... Hör auf! Jetzt... Dein Finger... Papa sagt... Papa? Ah! Mario sagt das... Jetzt... Jetzt... Du darfst uns meine Augen schlagen aber nicht... Fest! Hör auf! Sonst spiele ich gar nicht! Ah! Uuu... Uuuuuuu! Ah! Ah! Du hast du das spie- Ha! Ah! Guck wo! Du hast meine Hand mega angezweckt! Aua! spiel mal der boden ist aber ja da tanze ich mittendrin mit mit dem mode der office spielt was was du nicht magst was von office wir kommen zu der office reden code 5 4 2 error code 5 2 4 verlassen das geht nicht ich kann kein restocker machen steht auf das hand ich muss das warten dass ich mehr geld habe was hat er für ein gesicht das schön aus aber man hat das so ein gesicht diese menschen spieler bundeslager spieler bundeslager aber zuerst noch spielen schon wieder könnt ihr da noch rein was spielst du wieso warum mag man die stöcke nicht ich brauche spieler sein man es spieler jetzt muss ich noch etwas hä sein Da steht kein Apfel, also... Warum steht mein Büchstöcker vor der Tür? Nicht! Der Büchstöcker steht vor der Tür. Da steht kein Feind. Ich bin nur jetzt... Adios! Was? Ja, das mag ich spielen! Ist... 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 Baldi? Wo? Ist... Ist... Baldi? Ist... Ist... Baldi? Ist... 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 Ich will mir jetzt Boden ist Lava. Erst mag ich dieses Ist... 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 Wo hast du es gefunden? Ich habe Boden ist Lava geschrieben. Jetzt... Äh, 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 ich schaue so hässlich aus. Ja, schaust du wirklich. Das sieht aus, als wäre es das in echt. Checkpoint. Das sieht aus, als wäre es das in echt. Nee. Hey, Thomas! Das habe ich schon mal gespielt. Ist das so cool? Nee. True. Okay, dann ist die raus, das ist mega blöd. Was? Nee! Aber ich kenne ein lustiges Spielwerk, das habe ich vorher gespielt. Das ist der Base Waders, da kann man andere Bases angreifen, um Cash zu kriegen und seine eigene dafür schützen. Ist cool, oder? Nee. Doch. Marius, spielst du mit mir mit? Ich suche auch extra den wenigsten. Warum? Hallo! Bei mir steht der WeStocker vor der Tür und sagt, ich finde das Ding nicht. Jetzt tschüss. Späuerst du ihn und stellst dir einen an? Oh nein! Was ist? Hör auf, Stefan! Was ist das? Was ist das? Die Tastatur wird sogar kaputt. Hör auf! Oh nein! Stefan, hör auf! Das ist unser PC, also bist du du. Nein, das ist nicht der Wester, der Vater. Nein, da spiel ich immer drauf. Ja. So! Benni! So! Komm! Geh schnell ran! Marius, du musst auch schnell ran. Wir gehen alle ran und dann ist... Warum stehen die vor der Tür und sagen, sie finden das nicht? Die machen sich doch noch alle aggro. Nein! Nein, der Base! Nein, der Base! Ja! Ja! Nein, der Base! Ja! Ja! Ich muss jetzt zwischen neu hinfahren. Ich bin sauber. Hä? Was gibt's denn? Keine Base. Nein. Okay, ich habe ein Hochhaus. Ich nicht. Ich habe mir eine Buchbuch. Eine Spiele für ein Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich? Und man kann einfach nicht laufen. Acclaim. Ich habe jetzt die Buch. Ich hätte schon mit Burg ab Es bin so schlecht, Ich habe alles, was ich brauche, muss nicht mal meine Hände mehr auf die Kiste vorzuhängen. Räuber! Hallo? Ich will den Räuber noch sagen. So kann ich das Cash, denn das Spiel ist voll. Ich glaube, ich bin nur mein Liebelchen. Für Steffen ist ein bisschen... Was hier so schön ist. Der Spiel ist voll. Der Spiel ist jetzt schon voll. Ja, guck doch! Oh, es geht! Aua! Aua! Ne, ich lebe nach! Die Muscheln haben mich getötet! Jetzt bin ich bei dir drin! Ne! Egal! Sind da meine Gästen? Ja, da sind meine Gästen! Ich habe ein Weighting von 2,5. Aua! Aua! Hier ist eine Seestelle. Hier ist eine Seestelle. Hier ist eine Seestelle. Hier ist eine Seestelle. Aber eine Seestelle? Ne, ne, ne! Töte mich nicht! Seestelle, töte dich! Was soll ich denn noch brauchen? Was soll ich denn noch brauchen? Komm! Habe ich das schon dafür? Ich habe damit auch zugebracht. Hups! Warum? Ich kann keine Tiere machen, weil ich einem mein Geld ausgeben. Mein Geld doch einmal! ja! Jawohl! Kann ich nur woanders reingehen? Es ist kalt! Und der Fee jetzt noch einmal lutschen! Hallo, ich bin ein Rollbares. Ich bin ein Rollbares. Hallo. Falsche Taste. Matthias, gehen wir zusammen so rein? Gehen wir zusammen so rein? Wir haben jetzt schon wieder, ich bin ein Rollbares. Ja! Shei, ich bin ein Rollbares. Ja, ich bin ein Rollbares. Ich bin ein Rollbares. Danke, das war's. Spiel ist voll, Spiel ist voll, Spiel ist voll. Da auch gespielt noch das Gästhaber. Du musst 3,4 Wälder. Kann er in diesem Haus, dass er sich? Was? Das ist ein Wärme. Ich habe jetzt sogar ein Foul gewonnen. Was machst du? Ich habe Geld verloren. Angreifen natürlich. Was nehme ich, wie ich meine Waffen nehmen soll? Was hat das denn eine Waffe? Was? Was hat das denn eine Waffe? Sonst wird auch die Waffe im Garten. Und da kriegt es doch nur die, die in der Höhe ist. Dann sind die aber nur springen über die Stoffel. Und da, die in der Höhe sind nicht mehr. 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 Ich habe schon ein paar Hörer. Ich habe schon ein paar Hörer. Gehen wir bitte die jetzt voran. Ich bin dran. Bin 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 bin! Augen soll ich den an grafen. Das ist wirklich cool! Es sind fünf drin. Fünf rund sechs. Und jetzt sollte ich ran gehen können? Ja. Du bist der Einzige, der nicht abonniert hat. Du bist der Einzige, der nicht abonniert hat. Los, komm, abonnier. Und lass ein Abo da. Wenn ich dann... Wenn ich dann... Dann... Und lass ein Abo da. Dann heute. Abo! Und schreib in die Kommentare, ob wir heute am kurzen Zuge fallen. Like! Kommentieren! Das wird also wie blöd ich gemacht. Ja, lass ihn lassen. Spiele! Spiele! Räuber, räuber! Ich habe ihn jetzt schon gefunden, bevor er in mein Laden reinkommen ist. Das ist so... Destroy him! Nee! Ja! Mach! Spiele mal du eins! Da zeichnet einer was und die anderen müssen es erwarten. Das kenne ich, aber es ist Englisch. Das ist langweilig. Egal! Mr. Du... Pet! Best Bild-Shooter-Game! Wer das beste... Best Bild-Shooter-Game! Ich kaufe mein Tablet! Matthias! Das ist so cool! Schwimmer der Ausbruch! Das ist so cool! Was? Was? Was ist da? Wo ist deine Maus? Ich sehe deine Maus nicht! Wo ist meine Maus hin? Ja! Nicht das! Was? Ich habe nur... Ja! Da hast du noch was... Ja! Schwerer Boden ist Lava! Ich kann dich schon spielen! Ich komm gleich! Ich geh ran! Ich muss aber zuerst noch einen Dingskorb in meinem Kopf müssen verbissen! Happy birthday! Ich hab alles Englisch aus dem Lava geschrieben! Bei mir stehen zwei Autos... Ernsthaft? Hä? Schau mal! Bei meiner Garage stehen zwei Autos, aber es ist nur einer drin! Oh mein Gott! Der fahrt mit zwei Autos auf einmal! Das ist ein Lampo Mini! Hä? Wie geht das? Matthias! Äh... Vielleicht wenn sie ihn mit... Matthias! Hä? Schriebe das! Der hat schon wieder so ausgeschüttet! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Das ist falsch geschrieben! Haha! Das ist Flo! Der Floor ist Lava! Du schrabst das alles? Ab! Ab! Du schrabst das alles? Ich spiele! Ja, ich hab... Warte, das... Geh runter! Der Floor ist Lava! Du schrabst ihn! Ich kenne das Beste wie... Ich weiß, was das beste ist... 遊 aunt selbst! Das ist das Beste! Okay... O.k. DuHzz... Der Dieter... Gegen Schritt 1 Erik hat meintgekost... Nein, weg! Weg! Schau mal, ich habe sein Gleis mit starken Fissur. Das ist der Boden, das ist Lava. Ja, da ist ja der Boden. Spring mal runter. Passiert nicht. Warum passiert nichts, wenn man runterfällt? Das ist ein Raptor. Ich bin gerade aufs Achtung. Das ist ein Raptor. Ja, dann mache ich rüber zum Raptor. Rüber! Ich bin fast drüben gewesen. Echt? Wie? Ich bin einfach auf die Lava geschwungen und drüber. Matthias, ich mag dir was zeigen. Nee, egal. Schöne, was ich wollte. Mach noch mal. Wo kommt man da rüber? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so umschaffbar. Spino, ich komme. Ich will einfach auf den Parkplatz besser. Also kommt an. Den Park? Parkplatz. 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 Nee, ich kann nicht. Ich habe ihn voll weg gesehen. Schau mal, das ist der beste Parkplatz, den man kaufen kann. Ja, large purgeist lot. Whatever ist that all. Sie sind der besser. Ich bin fast rübergekommen. Ich weiß, wie es geht. Okay, ich kann jetzt endlich. Ich weiß, wie es geht. Ich habe mich gerettet. Hä, wie hast du es da rauf geschafft? Wie hast du es da rauf geschafft? Ich bin da unten. Ach so, du bist runtergegangen. Weißt du, wenn ich stehe immer da oben? Dann hüpf' ich einfach so rüber. Da gibt es so eine Safe-Stelle. Wie, du gehst ganz hoch? Hüpf zu hoch. Also gehst voll hoch. Dann. Ich bin fast. Dann. Dann. Das ist the end of the day. Ich komme mit. Der Raptor ist runtergelaufen. Ja, der Raptor ist voll. Stinkt. Jetzt rennt er rein. Stinkt. Stinkt. Renn doch rein. Ja. Jetzt zu machen. Nein. Komm wieder rein. Raptor, ich mach zu, okay? Ja. Komm rein. Rapti. Ich kann nichts so machen. Das ist schwer. Ich habe jetzt einen Raptor hinter mir herrinnen. Oh, du Glückspilz. Komm, Raptor. Meister Pinch heißt er. Er rennt mir immer weiter mit runter. Aber was hat es mit diesem Holz zu tun? Ich weiß, wo ich jetzt mal hingehe. Wo? Wo gehst du hin? Da her. Hallo. Warte, ich komme. Ich bin nicht versteckt. Mein Raptor wird mich verraten. Ich sehe dich nicht. Hä? Ich bin in der drinnen. Ruhig, komm. Okay? Spielen wir noch was Spiele heute? Hoi! Nein, das ist nicht möglich. Ich mag was anderes spielen. Ja, komm. Ich mag nur noch kurz drinnen bleiben. Ich mag nur noch kurz drinnen bleiben. Ich spiele... Ja, wir spielen ein Schattes Flores Lava. Ich spiele Gassel Harvour. Nein, wir spielen ein Schattes Flores Lava. Ja, ich habe es gefunden. Nein, ich habe es gefunden. Nein, das ist ein Schattes Flores Lava. Nein, ich bin tot. Ich gehe einfach mal auf Spiele. Mein Kopf ist ins Wasser gefasst. Wollen wir das essen? Nein, ich glaube, dass es so gut ist, wenn das mal losessen ist. Nein, wir spielen ein Schattes Flores Lava. Ich schaue jetzt mal nach, wie das richtig ist. Fliegen Simulator. Nein, der Boden ist Lava. Playing crazy! Machen wir! Wir haben mega das coole Spiel. Nein, Watz, ich habe ein besseres Spiel. Warte. Das darfst du so nicht machen. Ja, wir müssen ja alle dann zu all der Bank kommen. Aber egal, dass wir eigentlich nicht spielen. Spielen wir den... Der Boden ist Lava. Was, Spiele? Der Boden ist Lava. Nein, ja, den finden wir ja nicht den richtigen. Das ist nur blöd, ey. Warte, einmal probiere ich noch. Der Power Simulator. Spiele mal Draw-in. Draw-it. Genau, das ist ja her. Da, der Floor, der Floor ist Lava 2. Hallo, ihr Merch. Wenn das jetzt ein Schattes spielen wir den. Das ist ein Schattes. Ich will bei dir reinkommen. Wo bist du? Da, wo ist Lara. Das kenne ich, glaube ich, sofort. Ah, Matthias, kommt gleich die Lava. Bitte. Wo bin ich? Wo bist du? Wo bist du? Der Matthias spielt, glaube ich, der Floor ist Lava. Wo bist du? Er ist tot. Oh, so viel. Hallo. Wie vieles sind? Er hat kein Körper. Ich habe Körbe. Ja, bei mir. Bei mir hat er kein Körper. Ähm. Kapp. Ich will explodieren. Der Matthias, du hast das schon gespielt? Aha. Ja. Du. 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 Du hast das schon gespielt. Also, dann muss der Pfander, die haben noch null. Punkt, zwei, fünf. Was bringt's? Freund? Nächste. Rund. Wie viel? Du. 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 Nominus? Wann ja Grown? Nein, Survival. Wie viel Survival? Wie viele Points hast du? 250. Hm, warum? Wie viel kann du dich das passen? Eschcream und 550. Wo? Da. Ich würde mir so gerne die Firecrown kaufen. Was geht los? Ich gehe auf Bauch. Ich muss... Ich muss es einfach. Auf Bauchflutze. Oh mein Gott, die Lava. Und das wäre höher. Wie geht das auch höher? Mein Gott, soll ich auf... Warum? Nein, ich bin tot. Ich wollte auf Risiko gehen. Wie geht das immer höher oder bleibt es so? Ich glaube, ich hoffe. Ja. Ich wollte auf Risiko gehen und da drauf gehen. Auf diese Ecken. Hör mal, ich war da noch auf den Sternen. Man hätte einfach nur auf das lilaner Stern gehen müssen. Auf den. Ah, das ist ein einzig. Hilfe. Ich habe schon sechs Survivals. Ich will die Rutsche runterrutschen. Ich rutsche jetzt die Rutsche runter. Mario, ich habe ein Secret. Ich habe ein Secret. Ich habe ein Secret. Wo bist du? Wo bist du? Cool. Ich liege. Doch, da kann man hochschwimmen. Oh mein Gott, wie weit oben geht ich. Da kann man ganz hochschwimmen. Ich bin ganz oben. Nein, ich bleibe trotzdem. Ich springe runter. Passt nicht. Passt nicht. Ich komme zu Tim. Ich bin am Dach gewesen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin gerade da gewesen. Ich bin gerade da gewesen. Ich bin jetzt Rauf. Wer ist mit mir? Einfach dauernd A drücken. Da kommt der Rauf. Dann da in der Wand springen. Und dann auf das Ding rauf. Auf das Dach. Ich versuche jetzt eine Kugel. Auf die Rutsche. Rutsche. Hallo. Hallo. Nächste Map. Soll ich runter zu dir zum Dach kommen? Ja, ja. Hallo Map. Das ist genau die gleiche, die wir gerade hatten. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich bin im Haus. Ass auf. Guck mal. Ich bin so eine Nummer. Schau mal Matthias, schau mal. Wie knapp. Oh, schau wie knapp es bei mir ist. Glaubst du, traue ich mich darüber zu springen? Ja. Okay. Schau. Oh Gott. Ich muss pinkeln. Ich habe gerade die Lava bekommen, wo es wurde. Wer traut sich? Wer traut sich? Wer traut sich da? Wer traut sich da zu lutschen? Wer traut sich da zu lutschen? Wer fand das heute Plem Plem? Plem Plem Plem. Du bist auch Plem Plem und findest so ein Tanz. Soll ich euch sagen? Du bist auch Plem Plem und findest so ein Tanz. Schau mal. Schau mal, ich sitze da. Schau mal, ich sitze da. Alter, es geht so. Den habe ich nicht davon. Ich sitze da. Okay, los. Ich sitze. Ich mag abstehen. Susanne, Hilfe. Hilfe, ich sitze. Ich sitze. Danke, Mama. Danke, Mama, dass ich mich gerettet habe. Komm. Ich sitze. Hilfe. Danke. Wie doof. Ist doch easy. Ich bin fertig. Und einmal zu. Mario, was ist weg? Mario. Mario. Danke. Mario. Oh. Hallo. Wie spring ich hier? Der Mario. Was? Höchst. Nein. Nein. Gottis, du kannst mich nicht töten. Ich hab runter. Oh. Nein. Ich hab gewonnen. Ich bin der einzige dran. Der Mario hat verloren und ich hab nichts gemacht. Und ich eigentlich auch? Hast du Points bekommen? Hä? Wieso bin ich explodiert? Ich hab Angst. Dann soll ich dir einen Trick zeigen, wie man sitzen kann. Man klettert unter der Rutsche rauf. Und auf einmal sitzt man. Ich weiß. Ich weiß. Weil es eine Rutschanimation ist. Sag mal. Ich fahre Auto. Rum rum. Wer rettet mich? Wer rettet mich? Niemals. Kann mich verschieben. Ich bin noch vor. Ich. 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 Hier. Drei. Zwei. Könnt ihr diese Kinder die immer rutschen? Mario jetzt kommt. Ja. Es ist der Mario. Haunt das Haus. Ok. Ihr müsst irgendwo hochklettern. Ihr müsst irgendwo hochklettern bei den Häusern. Ist der Haunt das Haus? Ich glaub schon. Warte. Ich Labor. Ich suche noch andere. Ohh Mario. Okay safe. Matthias. Bist du. Nein. 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 Ich hab einfach nicht verschoben. Was ist? Mario hat mich ge... Es ist... Ich hab nichts getan. Ich hab nur gesprungen. Hauf. Schwach. Ich bin nur gesprungen. Sie haben nichts getan. Ich hab nur gesprungen. Also du bist gesprungen und dann ist er heruntergefallen. Dann ist er rote gepackt. Ich explodiere! Steffa, hör auf, okay? Ich will sie essen. Hey, das wird nachfällig. Oh mein Gott, du bist rot. Alter, ich nisse. Mario, stell dich mal auf meinen Kopf. Ob ich dich mitziehe. Ich bin ein Auto. Mag wissen, ob ich dich mitziehe? Matthias, ich bin ein Auto. Matthias, ich bin ein Auto. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Ich kann in Mario mitziehen. Matthias, brumm. Wow, sing me. Okay, was bringen wir? Willow. Ja, du hast nur mal einen Arm. Bei mir hast du nur mal deinen Arm. Oh mein Gott. Bei mir habt ihr beide zwei Arme. Das ist doch easy. Das ist easy. Geh weg! Nein! Geh weg! Ja. Oh mein Gott! Wie bin ich gestorben? Die Lava ist voll hoch. Hallo. Nicht schlagen. Das sind die letzten Überlebenden, oder? Ich mag einen Ball. Und dir die Rutsche raufwerfen. Hä? Nein! Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte, bitte. Hilf mir. Nicht rutschen! Adi, schieb ihn zu mir. Schieb ihn zu mir. Das geht nicht. Bei dem Maschum ist das mal gestorben. Ich weiß. Oh, alle sind der Stefan. Ich bin nicht gestorben. Der Stefan auch nicht. Hilfe! Ich kann am Ball gehen. Oh, darf nur. Hallo? Hey! Was ist das? Ich hab jetzt meinen pinken Ball. Zehn Minuten, mach mal noch. Nö. 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 Doch. Nö. Nö. Hallo, ich kann am Ball gehen. Mach mal, was ist das? Da backt er mich immer wieder weg. Wo bist du hin? Das macht er immer. Mein Päscher. Wui. Meins. Das ist easy. Alter, außer das Super-Janik. Okay, jetzt ist er auch drauf. Das war Super-Janik, nicht? Wer traut sich zum Springen? Ich bin gesprungen. Jetzt musst du auch springen. Springen! Springen, schau mal. Ich kann sogar am anderen Baum springen. Ich drück beim Stefan weh, dann bin ich so... Schau, ich kann sogar am anderen Baum springen. Nein! Kein Wiss! Könnt ihr das auch am anderen Baum springen? Oh mein Gott! Ich bin echt... Ich hätte sie sich so... Ich trau mich zu gehen! Ah! 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 Ich bin explosiert! Jetzt haben sie verloren. Mir kommt der Lila! Mir kommt der Lila ne Ball! Nein! Doch! Nein! Hilfe! Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Ja, was passiert mit mir? Das ist ein Glitch! Ich mag ein Glitch an Benzin! Boah! Lass mich! Das ist unfair! Ich gucke her! Ich gucke her! Mein Lila ne Ball! Mein Ball ist die... Ich habe euch weggepackt! Stefan, ich bin... Ich habe euch weggepackt! Hallo! Nein! 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 Du musst einfach ins Haus gehen, damit es was auskommt. Wo? Ich bin auf dem Sack gespungt! Halt! Das ist doch ein! Hallo! Ah! Ich hänge hier mein Kopf! Matthias, komm runter! Wie soll ich jetzt bitte... Halt doch Hilfe! Wie soll ich jetzt bitte noch runterkommen? Mach auf mal Tomaten! Ha Stefan, ich habe das Spiel... Matthias, siehst du mich? Ich springe! Echt? Ich bin... tot! Hä? Ich bin einfach nur gesprungen! Ich bin einfach nur gesprungen! Man darf nicht springen in diesem Haus! Oh? Wie konnte Lila ne Ball? Wo ist er? Na, Mia kann dann also... Mia! 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 Ich glaube, er wird sich... Mia, wer hat da Lila ne Ball? Adios! Ah, danke! Ich höre! Nein! Nein, der Mario! Ich habe geglitscht! Der Stefan geht drauf! Mario, wir müssen den Stefan wegglitschen! Ja! Nein! Ja! Ich bin der Glitch-Master! Ich bin der Glitch-Master! Ich bin der Glitch-Master! Ich bin der Glitch-Master! Der Glitch! Der Glitch! Glitch! Der Glitch! Ich bin der Master! Nein! Ich mag mir doch ein Arsch! Ich habe Arsch! Ich habe Arsch! Ich glaube, das hat mir das nicht schön mit den Bäumen... Schau mal, ich habe Arsch! Das ist Arsch! 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 Nein! Arjo! Hilfe! 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 Mario, schau mal, ich habe Arsch! Ich kann nicht essen! Rutsch! Nein! Ja, aber bei mir hast du immer noch nur einen Arsch! Stefan, du sagst... Oh! Ihhh! Nein! Oh! Ihhh! Fussi! Wuhuu! Das ist so! Ich mag den Arsch! Kletter! Kletter! Warum klettert man... Ich glaube, das ist ein Ampoli! Mir gehört... Kletter, kletter! Ich häng fest! Mir gehört der Lille dabei! Nein, Mir! 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 Ich renne schon! Mir höchstpersönlich! Da! Oh, ne! Da! Ich bin der Glitch-Master! Da glitscher ist wieder weg! Nein! Nein, Gerne drauf, die ist eigentlich der Glitcher. Boah! Ich habe den Mario weggeglitscht. Komm her! Ich renne! Boah! Ich bin in die letzte Ecke geflogen. Nein, Mario, dich habe ich nur in die Höhe geglitscht. Mario, geh da weg! Stefan, geh da weg! Stefan, geh jetzt da weg! Halt! Ich bin einfach der Glitchmeister! Ja, Fralli! Ja, Fralli! Mein Ball! Ja, Mann! Ich war das Letztes drauf. Oh, hochklipp dann, hochklipp! Mario, lass mich! Mario, lass mich! Nur der Boden ist Lava, hallo! Warte, schau mal, komm! Warte, schau mal, komm! Stefan, schau mal, kann drüber gehen! Machen wir einen Kampf! Okay! Wer kommt der? Wer traut sich? Das war... Das war... Wir haben es gesehen, aber unabsichtlich! Das war ein Glück gehabt, heute! Jetzt der Bilder! Boah, das ist eine nackte... Mir kommt der Bilder dabei! Mir, 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 mir! Da, da, da! Stefan ist am nächsten! Nein, er hat nicht weggeglitscht! Jetzt ist er der Glitchmaster! Jetzt ist der Mario der Glitchmaster! Nein, er hat mich auf die Wände geglitschen! Ihr müsst nicht einfach gegenseitig weggeglitschen! Ihr müsst nicht einfach gegenseitig weggeglitschen! Wo? Mir kommt der Cool dabei! Oh mein Gott! Wir können... 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 So ist Laura! Alles! Das ist Süßü! Ich hab's überlegt! Komm her, Matthias! Wo bist du? Hier hinten! Ich traue mich in 10 Sekunden, ich traue, ich bin so dumm, ich springe auch noch runter, ich traue, ich traue mich in 10 Sekunden runter zu springen, ich traue mich jetzt runter zu springen, ich bin eine Sekunde danach, mir kommt der Lila an den Ball, Mia, Mia, Mario, du musst da runter, Mario, ich bin jetzt weg, Mario, ich glitsche dich jetzt weg, Mario, ich glitsche dich jetzt weg, ich bin wirklich gestorben, oh mein Gott, Mario, ich denke daran, dass ich alle wegglitsche, die den Ball berühren, weil ich brauche, hallo, hallo, man muss einfach daran glauben, ja, ich glaube, dass du mich nicht wegblitzt, ich glaube daran, dass du schummelst, der Lila an den Ball, wer kommt der Gelbe, wer kommt der Grüne, oh mein Gott, ein Kalter, was macht der damit, mein grüner Ball, mein gelber Ball, ja, ich komme zu Matthias, wir schließen immer, wer kommt der Lila an den Ball, wer kommt der Gelbe Ball, nein, nein, ich bin safe, ich bin auch safe, ich bin auch safe, aber ich bin am safesten, ich hoffe, ich bin kein Lila, nein, ich bin nicht safe, ich bin nicht safe, ich bin nicht safe, doch bist du, hallo, guck mal, wo ich stehe, trefft du, hallo, ich brauche dich zu mir zu hüpfen, hallo, ich brauche mich zu dir zu hüpfen, hallo, ich bin fast, ich wäre fast noch in die Lava gewesen, mir ja ich bin jetzt schon ich habe mir das Der kühne Ball ist so lustig. Der rollt. Ich bin safe. Jetzt bin ich safe. Stefan, hör auf! Stefan? Das geschieht dir recht. Auf! Wenn ihr wissen wollt, warum die runtergerannt sind... Wir haben die ganze Zeit auf die Tasse tot gedickt. Und der Stefan ist gemein. Wir können den Lila nennen. Mia! Mario! Ha, ich hab ihn! Gehen weg mit ihm! Nein! Gehen weg mit ihm! Ich bin so weit aufgeklärt. Mein Eis ist weg! Mein Eis ist weg! Stefan ist meiner. Ja. 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 Ich hab mich geküsst. Wenn wer fragen will, was denn das warme Po hat die Wand geküsst. Ja. Nein! Jetzt ist Stefan der Glitch Master. Ich bin für immer der Glitch Master. Egal ob ich alles bin, rössst ihr nicht weg! Ich als Glitchmaster muss da gewürtigt werden. I am safe. I am safe. Hoffentlich bin ich safe. I am safe. Bin ich der safe, wo ich spät? Nein, ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe. Doch! Ich bin safe. Mario, traut sich zu mir zu hüpfen. Hallo! Traut sich zu mir zu hüpfen. Alter, meine Freundin ist runtergesprungen! Uhlala! Hast du deine Freundin in den Stock? Uhlala! 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 Matthias, hallo! Hallo! Amigos! Ah! Fixen Sie kurz! Oha! Nein, das macht der Flexstra! Mir gehört der Pinke! Nein! Mir gehört der lila Ball! Mir gehört der lila Ball! Ich! Mir gehört der Pinke! Der Pinke ist mein neuer Favorite! Komme! Ich hab nie lila Ball! Ich hab nie lila Ball! Ich hab nie lila Ball! Ist euch schon mal aufgefallen? Die Rutsche hat immer eine andere Rutschenfarbe! Oha, boah! Jetzt hat sie Pink! Vorher hatte sie Geld! Es gibt zwei verschiedene! Matthias, versucht doch nicht! Ich hab gerade ne Salto gemacht! Ich bin gerutscht und hab dann ne Rückkehrt Salto gemacht! Snow Day hatten wir schon mal nicht! Ich bin gerutscht und hab dann ne Salto gemacht! Nein! Ich steck viele Rutsche für! Ich erb dann niemand! Ja, ich auch! Doch! Ist das ja fein? Er kann ja schmelzen, aber es macht Spaß, wenn man schmelzen! Nagus tot! Wie, bist du gestorben? Mir gehört der lila Ball! Nein, der rosa! Warum hat sie jetzt immer noch ne große Ding? Weil du blind bist! Es hat immer noch ne große Ding! Oh! Hi Matthias! Warte ich zu mir zurück! Ja, in drei, zwei, eins! Nein! Oh jubi! Das ist in der letzten Sekunde! Ist doch! Mir gehört der lila Ball! Hallo! 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 Ich muss noch nie da weiter wegfallen! Mit Leuten in meiner Tasche! Mit Freunden! Mit Freunden! Mit Freunden! Mit Instagram! Jetzt hat sie mal ne gelbe Fläche! Ja! Dann wechseln! Dann wechseln! Puh! Verdammt! Oh Gott! Ich mach einfach Salto! Hallo! Schau mal! Ich rutsche und dann mach ich Salto! Ich hab den lila Ball! Ich hab den lila Ball! Das geht so! Oh la 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 la! Hallo! Schau mal! Ich rutsche und dann mach ich Salto! Hallo! Du drängst mich runter! Das ist gemein! Es ist gemein, damit ich euch wegglitsche! Ja, ich so! Bravo! Glitsche! Aktiviert! Okay, wir haben neue Map! Oh! Nein, die ist nicht neu! Mario! Ich geh weg! Ich mach keinsel gestoßen. Geht weg! Kann ich zu ihr? Was ist denn das? Was geht denn da? Ich hab mich mit dem Fuß eingestruckst und der ist runtergefluckt. Oh mein! Ich bin der Japaner und mache Japanisch. Ich glitsche euch weg, indem ich mich bewege und ihr die Drehungen in den Schwingerinnen eures Bauches. Hallo! Mist! Ihr hättet mich fast über das Kaufen gebraucht. Stellt euch vor, ihr habt euch fehlen nur mehr 50, um den Jet zu kaufen und dann wachst du so weg. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Mario, wenn du nicht safe bist, bin ich auch nicht safe. Wir spielen immer zu drinnen. Ich bin am safeesten. Ich bin am safeesten. Komm spring! Bei dir springen auf den Sessel. Bist du noch nüter? Wer jetzt runter springt, der ist so ein Ehrenmann. Ich bin ein Ehrenmann und du nicht. Du bist nicht runter gehüpft. Auf. Was ist das? Ja, ja. Ihr könnt ein lila Ball. Ich koch mir jetzt das Eis. Ich koch mir nicht. Das Eis. Ach so, das Eis. Eis. Weißt du, Mario, das trinkt ja gar nichts. Wenn du einmal stirbst, ist es weg. Und wenn du nicht aufgegessen hast. Meine Kugel. Meine Kugel. Musst dich wegbacken. Wisst ihr noch, wie ich vorher ganz hochgeflogen bin? Pinke Kugel ist meine. Was ist die pinke Kugel? Ja, ich komme. Rito. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich dachte, ich konnte es nur noch runter holen. Ich bin safe. Ich trau mich sogar runter zu holen. Ich freu mich sogar runter zu hüpfen. Ich freu mich sogar runter zu hüpfen. 3, 2, 1. Matthias, ich hab mich sogar so getraut, so rum zu gehen. Ich mich auch. Und zwar so. Schau, ich bewege mich so schnell, damit ihr es gar nicht seht. Schau mal, mein Eis. Ich bewege mich so schnell. Schau mal. Ist mein Eis jetzt weg? Nein! Ich glaub, das hat mich gar nicht gelohnt. Mir gehört die rosa Kugel. Die pink ist mir lila. Aber egal. So, ich muss dich mal wieder wegblitzen. Ich geh tschüss. Echt? Tschüss. Einmal mal hier. Tschüss. Spiel mit Mario von zu Hause. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Aber trotzdem. Bye bye. Bye bye. Tschüss Mario. Matthias Dessert. Dessert. Maricval. Tschüss Gott. Boauesaų 눈kauvo. Ausatür. Umszeit. Die thanen ist eine Telekaner.